es ist noch nicht das ist ja das ist noch so ein Laser-Dingens wollen wir in Position bringen? hey little Laser noch ja, gibts mir okay jetzt hat wieder irgendwas deaktiviert Alarm schon oh ne so puh so ha, ich hab Energiezellen und Matrix wieder voll das ist gut äh so so komm ich wieder? äh die Zellen hab ich schon hey ich trau hier nicht zu mir unten mehr ich trau hier nicht zu mir unten mehr ah ne blaue Keycard sooo so spinnenbock auch sehr gut na ich 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 aufnehmen ja ja ist recht ich komm noch nicht mal richtig runter ja 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 da war ich da war ich so jetzt haben wir immer mit Laser noch aber ich verwende das die Laser-Waffen die größte Batterie weil mein Schild ist mir doch etwas wichtig was ist das hier? wie nett Treffen des Konsortiums Konferenza 1507 Treffen des Konsortiums Ich glaub da kriegen wir auch noch eine Zwischensequenz weil da belauschen wir so ein Treffen irgendwann ja so was ist da oben bevor ich am Rumpum renne im Eck ist eine Kamera das sehe ich schon am hier ein Ding am Boden Spinnlinien rauskommen werden steck mich besser da aah äh äh ich wollte mich doch noch oh man als darf ich das ganzen ganzen Scheiß nochmal machen aah Entschuldigung dafür ich geh am besten gleich oben rum wir werden jetzt alles nochmal durchmachen ach egal ich mach das gleiche wie grad eben so'n Scheiß kann ich's mehr mit Durchreden einfach alle massakrieren wegkriegen aah aah so ich muss ja noch nicht dran erinnern alle schön zu looten so jetzt sind wir schon wieder so weit wie vorher vor der Session jetzt sind wir schon wieder so weit wie vorher vor der Session so so dem Arsch hab ich jetzt drei Dinger verbraucht so speichere ich nochmal ich hab vielleicht mit Raketen antworten sollen das wär vielleicht effektiver gehen ja ja ey Alarmstufe rot Alarm eindringlich wo komm ich jetzt ahja der Alarm und den aktiviert wo wo der Alarm nee die müssen ja leider sterben jetzt machen die auch noch den Alarm an warum dann dem der vio sonst ist hier anscheinend nischt äh d d d d so seelenruhig weiterarbeiten wenn wir dich rumballern Ne. Na? Will ich da keinen verwenden? Gut, das wissen wir schon. Tricks. Oh mein Gott. Die haben ja tatsächlich Bücher hier. Wahnsinn. Schilderein. Egal was da drin ist. Ich will's haben. Außer es ist ein feindlicher Veteran. Dann pass' ich doch drüber. Äh, zwei Telepwörter. Okay. Die wüssten sie nur 10 Minuten leben. Gut. Mhm. Ja. Ich bin auf Ebene 1. Pff. Idiot. Ist grad eben die Blume explodiert? Ich glaub, das haben die schon mal gemacht. Pff. Was? Hahahaha. Solche Kollegen möchte ich nicht haben. Hahahaha. Uhuhuhuhu. So. Ich hoffe, den hab ich erwischt, ne? Ja. Tolletten. Was gibt's das auf die Frauentoletten? Äh. 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 Sollte nie auf Frauentoletten gehen, wenn man nicht mal reinkommt, richtig. Ich hätt's glatt in der Piss-Wars gewesen wären. Das ist schon richtig fies beim Pimpeln stören. Oh. 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 Was? Die haben jetzt alle Laserwaffen von Darkingen, Waffler, überall Betrons. Und ich hab das Spiel jetzt, glaub ich, knapp erst zur Hälfte durch. Ah! Schnauze. Bald.... Bumm. Bumm. Obwohl, wenn die jetzt schon so viele Laserwaffen haben, dann können die ja eigentlich fast selbst mittlerweile mit Laser schießen. Weil die tragen ja dann eh alle Energiezellen und hier und da. Oh, ich hab dich nicht erwischt. Oh, ich hasse Raketenwerfer. Leute, vor allem die werfen die wirklich. Das sind wirklich Raketenwerfer. Da ist schon wieder einer. Ja, wenn wir jetzt wenig Simulationen nehmen. Aber auch Raketen. Ja, der hat von dem AR-17 Raketen oder von dem AR-17. Okay. Was ist das hier? Alles klar. Jetzt kommen natürlich zwei Veterans hingegen. Versteh' ich gegugelt? Ja. Äh, ja. Ist sowas, was ich einen Teleporter hasse. Man darf nicht anfangen, darauf zu rennen. Wieso ist der tot? Warum liegt da jetzt plötzlich ein Tote? Mir recht. Ah, ich hab doch wieder die automatische als Geschützterminal zu euch kommen. Schießstand. Was ist denn das für ein Schießstand? Hä? Okay. Ist das das Gleiche? Nein, Informations- und Konferenzzentrum. Geht's erst auf dem Schießstand? Weil ich glaub, da geht's nicht weiter. Da liegt ne Keycard auf dem Tisch. Steppst du? Äh, pfff, stirbst du? Spinny Bomby me. Ja, ja, ja. So, da ist nichts mehr. Ich wusste es nicht, was ich zeigte. Das ist für dich. Das ist für euch alle. Euch zwei. Achso, ich denke, das ist ein... Ich denke... Ah! Okay, das sieht schon mehr nach einem Schießstand aus. Kann ich mir die Dinger drauf schießen? Na egal. Wahrscheinlich explodieren die, wenn ich drauf schieße. Hahaha. Äh... Im zweiten Teil schießen die auch die Spinnen wie die normalen Soldaten. Das ist voll unfair. Also der zweite Teil ist echt schwerer, weil die Gegner und der ganze Rest wirklich intelligent fast sind. Achso. Das interessiert mich nicht. Nee. Ja, alles egal. Was bringt es eigentlich hier? Der ist nur ein Raketenwerfer. Der ist nicht so laut. Der schießt. Das ist nicht so laut. Das ist toll. Der ist auch bei der Dinger aufgerufen. Der ist nicht so laut. Du siehst. Deine Sie ist sicher. Der ist scheiß zu weit. Das ist wichtig. Ich lebe! Wie viele habe ich jetzt noch? Sieben Stück, das ist in Ordnung. Aber geht es jetzt wirklich weiter? Ich wollte eigentlich noch in den Kontrollraum. Das wäre jetzt natürlich doof. Wieso sieht mein Bild so kaputt aus? Schon besser. So. Ah, da ist ja noch eine! Gott, der Krieg nochmal ist nicht sehen. Okay. Oh, wird das jetzt krank. So, die erste ist kaputt. Äh, nein. Ich will spinnybombi das da. So. Noch einer. So, kaputt. Jetzt kommt's. Jetzt schauen wir, dass ich möglichst weit wegkomme, ohne mich zu verletzen. Jawohl, alle auf einen Streich. jetzt ratschehen. Ich will. Dann kommt's. Sieben, wir waren. Dann ja, 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 ja. Dann haben wir die Zeitpunktes. Vielen Dank.